So, hallo ihr Lieben und Willkommen zurück. Weit entfernt sind wir nicht mehr, von, was ich fast nur als solches verstehen kann, Jacob's Rache. Nichts ist schlimmer als ein verschmiedes Lübhaber, oder so ähnlich? Nee, verschmied in dem Symbol, oder ja nicht. Sondern nur 2 Stunden. Ich glaube die, ähm, der Flirt als solcher war ja schon, ähm, ernst gemeint, aber sie wusste natürlich von vornherein. Danke. Danke. Tschüss. Dass Jacob, äh, und sie nicht, äh, aus gewissen Gründen nicht kompatibel sind, deswegen dachte sie wahrscheinlich auch zuerst, er wäre da, um sie umzubringen. Aber allerdings eine etwas unpassende Reaktion, um Geld anzubieten, das passt überhaupt nicht zu ihm. Danke. Danke. Ja. Ah! Wir müssen mit unserer Burg sprechen. Jacob heads to Waterloo Station to reclaim the engines and eliminate Pearl Ederway. Was been revealed as a Templar. Oh, und dafür kriegt er sogar einen neuen Gürtel. Der wahrscheinlich völlig unter unserem Level ist. Sir, die engines just pulled into Waterloo. Okay. Reach Vantage Point. Ich denke mal davon aus, dass der Vantage Point innen ist. Also, Vantage Point wäre keine Zeitbegrenzung? Erstaunlich. Ah, wieder mal das Übliche. Wo ist der Eingang von dieser Station? Und wieso ist Jacob nicht an der Stelle gegangen? Und wieso ist Jacob nicht an der Stelle gegangen? Ah! So geht's natürlich auch. So, ich vermute mal, das ist Starrocks Zug. Nein! Nein! Ich muss mir, äh, die Maus flöten gegangen. Da wollte ich hin. Vielleicht nicht ganz so hoch? Aber die wäre mir ganz lieblich. Doch wir müssen das an enthalten werden. Hier ist Ahoyen und dann erstmal alles klar. Meinen wollen sie mir aber viel geben. Die Orphans, der weisen. Na, die werden vielleicht ziemlich dankbar sein, dass wir Clara gerettet haben. Assessor? Assessor? Stealth of the AT security chief? Stealth of opportunity with the... Land Conductor? Can you see the station's brief? Ne, warte mal, was ist das? My colleagues should be here shortly with the schedule for the central station. We thank you for your patience. Also erstmal müssen wir mit ihm reden. Hey! Ah, das Problem hatte ich doch schon mal. Ah, das Problem hatte ich doch schon mal. Komm schon, Chief, wo bin ich? Ach, das Problem hatte ich noch mal! Oh nein, ich hab mich das mal mit ihm, ja. Aye, ich hab mich nicht mehr. Als die Gefend zu machen, wird zurück auf die Seite der Central. Waffe ich das nicht? Das habe ich gewartet. Wir bedanken dir für deine Patience. Wir haben fünf Stück da vorne. Wir haben den richtigen gewählt. Der ist nicht schlecht. Komm, hauen wir noch einen rein. Aha, er hat ihn mit. Wir haben einen einen en 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 e en 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 Gute Frau hat von mir nichts zu befürchten. Das kann man von denen allerdings nicht sagen. Was ist da hoch? Ich bin der tot. kalt. Gott, du hast es geschafft. Als die Angelegenheit herbekommen, werden wir euch zu bringen. Ich werde dich zu bringen. Ich rufe. Ich rufe. Ha! Okay, ich krieg sowieso gar keinen von euch, aber da ist nochmal ein Heavy. Interessanterweise greift er... Keine Unschuldigung. So, wo ist denn jetzt der Security Chief? Ach, da hinten was treibt, oder? Das ist eine interessante Frage, wenn ich hier durchgehe, kann ich auch ein Assassinate machen? Gut, gut. So, die spannendere Frage wäre jetzt... Jacob, das war die falsche Seite, ich bin doch mal ein bisschen mit. Ihr seid, dass ich hier nicht richtig bin, oder? Oh. Entruder! Das ist der verrückte Krone-Boy hier! Echt? A letter from the manufacturer to Thomas John, attached to the letter is an improvement from a Mercedes-Benz fortified wagon, a requester. The highlight of the weakness is the result of the specifications made by a member of your team. Their name is not in our records. Regards Matthew Youth What in hell? Oh no. This is great business. We could have done it. It's right here I'm not gonna go. Ah, I've already wondered where the stack is. We could have done this to you. So. Ah, there is here. Rest in Pierstrand. No one will get the drop on me. You took a wrong turn somewhere, bubber. Ah! 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 Okay. And we are away with the engine. Okay. We love it. Now, I am ready. No one will. Und wo sind die Büros? Hier sind noch mal die Büros. Wie praktisch, dass sie hier dichtgemacht haben. Wie praktisch, dass sie hier dichtgemacht haben. Wie praktisch, dass sie hier nicht mehr verletzen sind. Wie praktisch, dass sie hier nicht mehr verletzen sind. Ich glaube, die bewachen nur den Eingang, da sind die raus. Ah, ein zu weiter. Hier hätte ich ja auch sehen können. Ah, die bewachen nur den Eingang. Hallo, braucht ihr hier irgendjemand Befreiung? Hm. Ah, da sind sie. Kriege ich einen guten Drop auf die. Ah, ich weiß. Ja, 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 ich weiß. Das war doch nicht so rum. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Du denkst, er ist gut? Wir sprechen über das später. Ich weiß. Ja, 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 ich weiß nicht. Ist das nicht weg? Okay... Fallaufgabe 1 erfüllen... Aber was mach ich jetzt mit dem Typen, der nicht mit mir reden wird? Wart mal... Die stehen ziemlich unten... Als die Ordnung kommt, werden wir Sie auf Ihren Weg zu der zentralen Station. Meine Kollegen sollten hier sein... Hallo! Ja, ich will nur mit dem da reden, aber er will nicht mit mir reden. Was bedeutet, ich kann den Juni-Kirch benutzen? Was ich wirklich benutzen kann? In der Regel, die Juni-Kirch rein... Ich glaube, das ist nicht das, was Sie meinten... ... Was ist das? Was ist das? Oh, da sind wir ja dafür. Ein guter Mal der Unit entwickelt man bis auf den Kraft. Oh, da sind wir ja dafür. Oh, da sind wir ja dafür. Das ist ein guter Mal. Oh, da sind wir ja dafür. So, wie es aussieht, rollt er da auf. Oh, da sind wir ja dafür. Oh, da sind wir ja dafür. Ich weiß immer noch nicht, was es mit The Secret Passage auf sich haben soll. Wir haben mehr als unten. So, könnte es ja nicht sein. Das ist aber kein Zugang. Ich meine, das sieht aus wie... Ich bin auf der Zeichnung, aber das ist wohl nicht gemein. Ich bin auf der Zeichnung, die vorbeigehen. Ja komm mal, komm mal ab hier? Ne, das gibt es ja, sieht nicht. Oh, hier muss doch jemand sein. Ah, da. Ah. Ich sehe ihn! Ah! 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 Ich weiß nicht, ob ich hier nirgends weiß. Ah! Ah, ah! Und damit komme ich aber von hier weiter weg, anstatt näher. Na komm, wo bist du denn? Nein, malhin kann ich mal schauen, ob es das vielleicht an der anderen Seite dann auch hat. Die Möglichkeit fehlt. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Wenn du mich nicht mit dem sprechen lässt, wie schon damals in der einen Mission, wo ich eigentlich hätte mit der Putze sprechen müssen. Vielleicht gibt es gut keinen anderen Weg. Jetzt bin ich so glad, jetzt möchte ich sehen, was da... Ah, warte mal. Ich glaube, auf der anderen Seite hat es dasselbe nochmal. Nicht, dass es uns viel bringen würde. Super leise. Na, beweg dich! Ich... Ja... Nee, nicht nur. Ein Secret Tunnel ist ein Secret Tunnel. Wir haben nur den einen... Nein, Drop und D war mal wieder doppelt belegt. Ich sag eh, man soll droppen. Und er geht da wieder raus. Manuel holt das, sonst macht er das gleich wieder. Also hier wärs eigentlich zu ihr gegangen, hier ist aber dicht. Hier kommt man wohl nirgends durch. Unten rum kommt man auch nicht. Hier kommt man nicht durch. Ah, verstehe. Ich bin das praktisch an der falschen Seite aus angegangen. Ob er richtig Schematik, Schematik, Schematik überhaupt erst bekommen haben. Okay, wieder rein. So, wenn ich jetzt nämlich einmal hier durchgehe. Dann bin ich durch den geheimen Tunnel. Ach, Jacob, du kannst dich vielleicht dumm anstellen. Da gehe ich wenigstens hier rüber. So. Was bist du? Du bist jetzt klein. Jetzt sind wir ja im Prinzip durch den... Aha! Und jetzt haben wir es bekommen. Jetzt können wir sie auch einfach killen. So wie ich das schon vor einer halben Stunde hätte tun können. Woher bist du? Woher bist du? Good partnerships are hard to come by. Ours is most certainly dissolved. It's business, Mr. Fry. One does what one must to come out on top. Crawford will not take the news of my death lightly. He can be unpleasant when he's cross. I have sacrificed so much. I don't want to lose my bus. Escape from the trail. It's a little bit easier. Let's get to the scene. Let's go. Woher kommt die Motoren jetzt, nicht? Da weißt du nur, weil wenn er meist bieten wäre, wäre er vom Lieferator mit einem Templer. Das macht ihm dann herzlich weh. Also, Use the Secret Passage, habt ihr jetzt gesehen? War eine Travestie. Ich musste erst die Pläne dafür stehlen, um rauszufinden, wo es ist. Und zwar genau, damit ich durch den Tuttle gehe und dann wieder daraus komme, wo ich die Pläne gestohlen habe. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das scheint offensichtlich ein Bug zu sein. Diese Unique Opportunities kann ich nie nutzen, weil ich nicht mit den Verantwortlichen reden kann. Das scheint immer so zu sein. Also, jetzt auf jeden Fall erstmal. Tschüss und bis bald, bis zur nächsten Folge. Bis bald, bis bald. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung. BR 2018 Which beams within your eyes When hollow hearts must wear a mask Mr. Sterrick I told you not to disturb me To break your own To see In such a moment I would ask That you remember me That you remember Me Crawford Her luster Stripped by the hands of that savage He must be brought to justice Pearl would not want justice Pearl would want vengeance Your passion is most welcome Miss Thorne But we cannot let our emotions Disrupt the lawful structures of society If we do that The enemy wins It shall happen in the shadows Miss Fry Will hang from the gallows And I will flay her brother As he comes to save her I suppose it must be done Take no chances Increase the Templar presence in London We alone protect this city of light Yes, Crawford And then We shall enter the vault And cast aside the shadows together And cast aside the shadows